Wir fliegen sich gleich wieder runter. Okay. Und dann bis mal ein bisschen deppert. Ja, und die läuft schon längst meine Aufnahme, aber okay. Okay. YouTube. Hallo. Hallo. Wir sind ganz zweifelt. Ja, mittlerweile schon. Ich spring einfach drüber. Wie solltest du vielleicht doch nicht schräg springen? Warte, lass dich hängen und ich pull mich. Warte mal. Pullen, 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 pullen. Du musst dich auch pullen. Hast du dich gepullt? Ja, aber es hat... Hopp. Ah. Hopp. Muss doch jetzt gehen. Jetzt bin ich hier oben. Nein! Doch, das ist aber gar nicht gut. Ach, scheiße. Ich glaube, man sieht uns nur noch fallen die letzten Videos. Ja. Ja, Leute. Dann. Wir sind gleich wieder an dem Ort der Verzweiflung. So, also Taki. Nur auf den Balken, dass ich... Auf den Balken soll ich also? Ja. Okay. Ich wäre so glücklich, wenn du das schaffst. Jetzt. Ich habe immer nach daneben hin. Ohhhh. Willst du vielleicht jetzt also auf die normale Stange rüber? Ja. Gut. Die habe ich auch geschafft. Und jetzt müssen wir bouncen. Drei, drei. Ich habe kein Ding umgebracht. Bounce, bounce. Motherfucker, bounce. Bounce, bounce. Ist das nicht wirklich mal ein Lied? Bounce, motherfucker, bounce. Ja, irgendwie so. Nein. Achso. Was soll denn das jetzt? Finde ich jetzt nicht so geil von ihm. Nein. Vor allem hatte ich das Gefühl, der will uns halt so echt stoppen. Ja. Das ist alles was er... Bounce, bounce, bounce. Let's bounce, motherfucker. Let's bounce. Ich glaube das so ging das Lied. Ja, so, so. Genau, genau. Let's bounce, motherfucker. Let's bounce. War das nicht so geiler von DSDS, der das Lied gemacht hat? Nein, glaube ich gar nicht, oder? Oh doch. Schon, gell? Doch. Okay, da... Oh, wir müssen mal schnell sein. Ach, das Ding ist breit genug. Nein, weil das Pferd unten tut es weiter, damit wir mal weiterkommen. Oh. Ja, der bleibt hier stehen einfach. Das kommt wieder zurück. Oh, drunter, 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 drunter. Kommt ja auch wieder zurück. Ja, aber dann müssen wir so lange warten. Let's bounce, motherfucker. Bounce. Glienzende Reifen, irgendwie so, oder? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Der Rest... Ich kann mich nur in den Refrain. Der war gut. Aber der kam dann... Aber ich glaube, der kam nicht weit, weil er nicht gut gesungen hat, irgendwie. Der konnte... Also, ich habe noch nie DSDS geguckt. Glaub ich auch nicht. Ich kenne nur die Zusammenfassung von... Achso, ne, jetzt bin ich ja Werbung für einen anderen Kanal machen. Ach, kann man machen, den kann man anschauen. Onion Dog, Leute. Wenn ihr kein Trash-TV komplett angucken wollt, sondern nur kurz zusammengefasst, dann mit Onion Dog. Onion Wings. Chicken Wings. Die sind auch gut. Kann man auch heißen, Zocki. Let's bounce, motherfucker. Komm, der Schaffer, der Schaffer! Das Schaffer! Jetzt hat er mich aber nochmal zurückgezogen, kurz. Let's bounce habe ich dich gemacht. Bounce. Bouncy bounce habe ich mit dir gemacht. Ja, da ist schon wieder so ein Dreh-Dich-Stell-Dich-Ein. Dreh-Dich... Oh, da werden wir wieder Rücksicht nehmen auf den anderen, ne? Ja. Das bleibt länger gerade. Ja, das lief doch ganz gut. Ja, ja. Wir haben es ja voll drauf. Wir haben jetzt schon paar Minuten nicht auf Pause drücken müssen. Sekunden würde ich eher sagen. Uns kommt es nur vor wie Minuten. Okay, das kann auch natürlich sein. Pass auf, wenn wir da drüben sind ohne Pause, denken wir, wir drücken schon seit Stunden nicht mehr. Pass auf, wenn wir da drüben sind ohne Pause, denken wir, wir drücken schon seit Stunden nicht mehr. Einen ganzen Tag ohne Pause gedrückt zu haben. Ops, drückt Pause, Mann. Hey, ich komme da nicht hoch. Ich muss mich hochziehen. Oh. In sowas will ich jetzt echt nicht scheitern, du. Da haben wir schwere Sachen überstanden. Ach du Scheiße. Na ja, na gut, aber die drehen sich nicht. Die werden nur groß und klein. Woher kenne ich dieses Prinzip? Oh, das macht gar nichts. Okay, nehmen wir die Mitte, oder? Nein. Oh, das ist wieder ein Lift. Ein Lift. Das heißt, wir kommen noch mal einen Abschnitt höher. Aber jetzt haben wir die Hälfte. Vielleicht ist das wirklich gar nicht so hoch. Ich glaube nicht, dass es zehn sind. Höchstens fünf, wenn überhaupt. Aber krass, wir haben echt mal die Hälfte erreicht. Guck mal, ich bin so stolz auf uns. Eigentlich haben wir es für unsere, für uns jetzt durchgespielt. Oh, schau mal, ich darf es aber echt nicht nach oben gucken. Du hast gesagt, du willst mindestens die Hälfte erreichen, hm? Ja. Ja, ganz ehrlich, das hätte ich uns nicht zugetraut. Mal, ob da Flügeln sind. Ich habe auch gerade überlegt. Genau. Natürlich nicht, und sollten da Flügel sein. Da fliegen jetzt aber Sachen runter, aber keine, aber nur Steine oder sowas. Oh, nee, schau, wir müssen da klettern. Und dann, oh ja, okay. Oh, wir müssen den Steinen ausweichen. Als langsamer Kletterer hat man da, glaube ich, nicht so gute Karten. Man muss nur rechtzeitig rechts und links schlettern und nach oben schauen. Okay. Ja, ich hoffe, das sind nur so Steine und nicht auch noch so, ähm, schieb dich weg. Warte mal. Ach, wir hätten, ah nee, wir sind schon richtig. Sehr gut. Aber das kommt, oh, da ist ein Löcher. Ja, und der zieht mich in ein Loch und der springt weiter. Ach, Gott. Ach, Gott. Putz. Okay. Putz. Warte mal, die fliegen immer nur rechts und links, oder? Nicht mittig, oder? Warte mal, warte mal. Ja. Noch mittig auch. Aber immer im Abwechseln, kann das sein? Nee, doch nicht. Ich glaube, das ist random. Es ist random, aber man muss halt nach oben schauen. Ja, aber du siehst auch, dass wir einen gewissen Weg hier klettern müssen. Ja, 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 das sehe ich schon. Das heißt, wir müssen halt zusammen jetzt arbeiten. Okay. Nein, ich war nicht okay! Ich war nicht okay! Ich war nicht okay! Scheiße! Warte! Das Bounce-Ding! Nein! Let's bounce, motherfucker! Let's bounce! Ach, komm! Komm! Warum bist du denn nicht gesprungen? Das Gute ist halt, ich bin soweit! Nein, ich war nicht soweit! Nein, wir haben gesagt, okay, und du springst und ich so, ich war nicht okay! Ach, okay! Ja, aber okay, ist für mich okay, spring! Ja, ich weiß, was das für dich heißt. Und was war das jetzt? Sagst du okay? Ja, okay, ich weiß nicht. Ich dachte, du springst gleich mit Ungeduld und so weiter. Oh, okay! Ich war nicht okay! Okay! Das sagt er in der Luft, weißt du? er ist schon in der Luft, okay, okay, oh nein, jetzt muss der wieder auf den Ball kommen, scheiße, ich hole das, oh man, wir waren jetzt echt schon schön hoch, das stimmt, da war nochmal abzugucken, ja, ich dachte eigentlich, der ist erstmal ein bisschen Schutz, der Aufzug, aber ich konnte nicht ahnen, dass der uns zu einer ganz blöden Stelle führt, das habe ich auch schon probiert, wo du daran liegst, oh ja, zock hier seine Lieblingsstelle, wieso meine Lieblingsstelle, weil du da so gut bist, ach so, ja, stimmt eigentlich, weil das geht schon netzlos, ich drück aber, aber er springt nicht, der Brick, ich weiß ja auch nicht, Spiel bitte mit Maus und Tastatur, nee, ja, aber dann könnte ich jetzt auch nicht mehr, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, dann fangen wir nochmal von unten an, pass auf, dann gewöhnt sich schnell, okay, okay, da bin ich dabei, warte, 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 ich warte, keine Angst, ich muss jetzt so springen, weißt du, so jetzt, damit ich dran komme, das war wirklich nicht mit Absicht, aber ich bin dran, aber ich sage jetzt, es baut mich, ich mache das echt nicht absichtlich, okay, Pause, habe ich ja nicht vor dem Pause gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, doch habe ich, hast du Pause ausgemacht jetzt? ja, habe ich, wir warten nochmal, anscheinend ist die Pause aus, wir warten nochmal anscheinend, okay, geh einfach zurück, ich wollte gerade zurückgehen, okay, wieder Pause, einmal warten und bei der nächsten gut okay jetzt bin ich langsam auf drei wir als war hobby hobby hab ich nicht kannst du bis hobby zählen eins zwei hobby ach das stimmt da schmeißt du wieder steine ich weiß schon gar nicht mehr wo wir runter sind ich weiß nur es war eine stelle ja ich weiß auch jetzt nicht mehr warum doch weil wir nicht wieder beide abgesprungen sind wir beide überlegt wie wir das ding klettern wo die steine runterkommen wir haben echt gutes gedächtnis die spiel schon lange jetzt ja stimmt die spiekt zeigt keine zahl an wie lange wir schon zu sammeln na gut wir haben es jetzt null uhr bald wann haben wir angefangen um halb oder 20 vor neun nicht vor neun es war neun glaube ich es war neun uhr es war punkt neun ja stimmt ja gut ja gut aber spät ne das bleibt auch nicht wir sind halt doch schon alte männer ja wie gesagt wenn ich arbeiten gut wenn ich am nächsten tag frei ab geht es aber wenn ich zum beispiel am nächsten tag wieder früh raus muss dann habe ich schon mittlerweile bin ich schon so einer lieber früh ins bett und dann wieder früh ausstehen ich versuche das auch immer aber ich krieg das nicht schuss neiiiiiii du warst zu langzuuuung du warst zu schnell ja zimmer ja 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 zoll er braucht dich gar nicht pullen alter ich bin selbst modieren lachen einfach reingebenziehen zieh es alleine durch nein ich wollte zumindest zum lift noch kommen ja ok wir können schon wieder pause machen ich bin froh dass wir morgen 7 days to die machen und dann einfach mal wenn wir wirklich drei stunden spielen auch dementsprechend viele aufnahmen haben weil wir sind jetzt immer schon wir haben wir langweilig das jetzt schaffen ohne pause zu drücken du meinst wie viele sekunden ja oh da war ein sprung ich finde halt immer gut dass wir gar nicht uns absprechen teilweise ja wir sind einfach schon so gut dass wir das nicht machen müssen also soll man jetzt das wieder auf einmal versuchen oder schaffen wir es dann wieder nicht ich weiß nicht ob es nicht so ausgeht es wäre nicht ausgegangen aber du hingst da hinten her du bist gesprungel aber ich habe die plattform unter mir nicht gesehen weißt du ich war nicht so weit wir waren aber da ist er schon wir waren aber ha siehst du ja ich habe ich gesehen habe ich gesehen warst dabei oder was ja ich war dabei ich war ja auch dabei und der uwe war auch dabei er war der kameramann ach das war der uwe war das der uwe wie war das dann gesagt ich bin der na wo oder ist er der uwe gewesen ich bin der uwe ich bin der kameramann auf verdammte axel das war jetzt deine schuld das war jetzt meine schuld pause gut machen wir das mal wieder machen wir mal wieder jetzt gehts weiter youtuber da wir sind ein bisschen abverzweiflung gewesen aber alles gut wir haben es jetzt irgendwie doch hinbekommen also ich traue mich gar nicht mehr den pausen knopf zu drücken also wenn wir in pausen sind dass wir jetzt die pause weg machen denn die pause kommt später muss man eh wieder drücken ja ist die pause wieder so was von fürn huwo fürn huwo oh kommt dazu alter meiter ist voll gerne in balken gesprungen Der Betz ist halt gefährlicher. Der scheißt ja nix. Der hupft da. Ich wusste jetzt ungefähr, wann du springst. Oh, Löcher, ne? Ja, nicht mich wieder bitte runterziehen. Die Stimmung ist eh schön köln. Wieso springst du die ganze Zeit? Weil ich Angst habe, in eins dieser Löcher zu fallen. Aber du kannst es doch so. Ja, Mann! Schau mal, sind wir gut. Können wir hier Cheat Mode aktivieren. Oder doch nicht. Wie machen wir das jetzt? Wir lassen die ersten Steine fallen und springen rüber. Okay. Und hoch, Schatz. Und wir müssen nach... Rechts, 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 rechts. Die Mitte kommt. Und rüber, rüber, rüber. Und... Jetzt müssen wir hoch. Jetzt gleich rüber, rüber, rüber. Oh, ich häng fest. Oh, ich häng fest. Oh, Vardelte Stein! Okay, er kann die Kette nicht. Hat der nicht runtergezogen? Ja, cool. Aber wenn du noch hangern bist... Oh, sehr gut. Okay. Das ist gut. Ja, das ist der Trick. Oh, Scheiße. Das geht nicht aus. Passt. Alles cool. Ich häng jetzt an der anderen Seite. Nicht gut, nicht gut. Jetzt sollte ich häng wieder. Oh, bitte jetzt kein... Oh, du siehst das eh. Oh, jetzt kommen keine mehr. Ach, die kommen gar nicht mehr. Oh. Das ist fair. Äh, first trail with... Wappi, du. Oh, nein. Warte mal, ich will hinter das Ding schauen. Vielleicht sind da viele Hügel. Ich hätt gern einen Punkt. Ich hätt gern einen Punkt. Jetzt schon. Ich hätt schon gern einen Punkt. Ich will nicht wieder einen. Oh... So, Punkt ist gesetzt, YouTube. Alles cool, kein Problem. Ich hab mich festgehalten. Ah, du ziehst mich mit? Ja, ja. Ich weiß ja, wie es sich hier ist. Oh, warte. Das ist schon wieder was auf Zeit, oder? Ähm... Ich glaub, das... Ich wollte schon sagen, das schießt uns jetzt weg. Wir müssen das drehen, das Teil, da wo wir hin müssen. Ah, okay. Aber... Ah... Ah, okay. Du drehst es komplett einmal rum. Stopp. So schaut es gut aus. Ah, ein bisschen wieder. Ein bisschen wieder noch. Ja. Ah, warte. Noch ein bisschen. So, glaub ich, schaut es gut aus. Ja. Warte, ich will nach. Oh, das ist ein Schiff. Ich weiß nicht, worum ich mich jetzt freue. Oh mein Gott, ein Schiff. Ein Schiff. Let's bounce. Let's bounce, motherfucker. Let's bounce. Quietschende Reifen. Kommt Rauch aus dem Auspuff oder so? Ja, irgendwie so. Aus dem Auspuff kommt Rauch. Let's bounce. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir müssen da rüber. Und jetzt bounce uns das wieder irgendwo hin. Ähm... Wie ist das? Ich bin gut. Na, nimmst du dich. Ich war aber auch drauf. Was soll denn das? Ja, hab ich nicht so gesehen. Ja, jetzt. Komm mal, halt. Weitgeil. Jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich drauf. Ich bin drauf. Hä? Na ja, zum anderen. Wie zum anderen. Über uns. Ist über uns was? Ja, noch ein Balken. Okay, ich sehe den gerade nicht. Ich hoffe, wir fliegen richtig. Da, jetzt sehe ich. Ah, okay. Oh. Boah, der ist aber weit, oder? Ja, der ist schon weit. Aber kriegen wir hin. Ja, 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 ja. Wähl oben. Da sind gleich die Stachel, ne? Aufpassen. Warten wir noch einmal. Warten wir noch einmal. Warten wir noch einmal, bitte. ich höre ein heli ich auch oder es ist wieder so ein heli dingsbums so ein kleines so ein kleines ja das wirst du raus ja ist ein großer oder hättest du jetzt kommt keiner mehr 1 2 3 egal muss ich jetzt schon wieder die 100 kilo warum kann so normale heli uns nicht ganz hoch fliegen was wäre das für ein spiel der tempelmann wir haben schon wieder ins erreicht ist wieder ein stück weiter wir sind ja absolutes bist hier gibt es irgendwo flügel das ist so das ist so was ich glaube hier vielleicht gibt es irgendwo in den tempel wir hätten weil wir faire leute sind wir hätten hier flügel hingestellt ja gleich 10 also wer so hoch kommt hat 10 flügel verdient ganz ehrlich was brauche ich jetzt ist damals wo warte mal schaffen wir den sprung zu sagen ja 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 zurück und laufen wir vor schon reicht das ja ja ich gesagt es ist nur die frage wohin jetzt ok 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 ich hätte gesagt schräg hier rüber auf den richtungen tempel dass wir auf dem tempel oben landen und von denen ich glaube ich glaube eher die glaskugel ok ok muss mal probieren ich hoffe das vielleicht schießt es gar nicht weit genug Du schießt nicht weit genug, Zocchi! Wo willst du hin? Ich meine auf die... Ja, ja! Rückgemacht, Zocchi! Ach, sieh mich irgendwie hoch! Ah, 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 ah! Ja, ja, ja! Scheiße, hey, wie soll... Warte mal, wir verstehen hier irgendwas falsch. Vielleicht hätten wir das schon Richtung Tempel drehen müssen. Ja, eventuell. Aber ich glaube nicht, dass wir deswegen oben landen. Weil das war ja grad eben auch voll die knappe Geschichte. Das ist nicht der Tempel. Irgendwie müssen wir da hoch, ich weiß nur nicht wie. Warte mal. War eine ganz blöde Idee. Ja, gute Idee. Also, wir haben schon vorge... Ups. Wir haben schon etwas vorgekriegen, anscheinend irgendwo. Ups. Gut, dass nur einer sich halt... Ja, du hast halt mehr was vor Taten, als ich. Nar keer, Liszi. Ui, ui, ui. Hä, aber für was stehen die Dinger denn da? oder sind die nur zur ablenkung na ja oder hätten wir die kugel kaputt schießen müssen mit irgendwas ja auch nicht wenn der kugel drin oh fuck wir müssen in der trim bleiben ach so ja nix leichter als das rechts oder links oder oben unten hier gibt es noch einen weg geht uns da die luft aus was die gut ist okay okay gut wir müssen meinen meinen doppelsprung machen bringt mich hoch ja mach ich ok ok wir müssen da mehr wir müssen da mehr schiffen ist schon sehr spät ja so langsam langsam geht uns die luft aus deswegen auch die luftblase ok jetzt kriegen wir hin kriegen wir hin kriegen wir hin einfach nicht warten das ist eine gute idee wir müssen aneinander bleiben wir sind gleich wieder nicht in der blase immer gleich nicht mehr in der blase nee wir sind gut unterwegs oder nicht scheiße man müssen jetzt oft klettern ja das ist nicht gut das ist nicht gut nein 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 ich heinto-kopp-kopp- 기다� variance nur weil ich jetzt einmal blöd gehangen bin man es ist so vertaltes ding Wir hätten es fast geschafft, wenn ich jetzt nicht da gegangen wäre. Ich hasse mich selbst. Wer nicht, wer nicht. Meinst du, wer hasst sich nicht selbst, oder? Wer hasst den Bansy nicht. Das hört sich an, als würden wir die Hecke essen. Lecker, lecker. So, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, okay. Okay, jetzt sag es mir gleich, links oder rechts? Da vorne. Rechts. Vielleicht sollten wir ein bisschen früher springen. Nein, ich weiß nicht. Nein, dann kommt man auch nicht oben drauf. Weil du warst ja trotz Klettern gut an der Zeit. Ich war ja nur, weil ich einmal gehang. Genau wie sowas. Ja, weil du zu schnell vorrennst. Ja, ich schiffte halt hier durch. Ja, ich auch. Aber wenn ich noch am Hochklettern bin, kannst du herumschiffen wie ein Großer. Aber das bringt nichts. Ich schiffe halt gerne rum. Oh, du bist gerade... Ja, 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 ich hab's mitgekriegt. Die scheiß Blase, das ist jetzt aber zack. Wie dein Abschnitt zum ersten Mal. Aber es nimmt irgendwie, wenn ich nach oben schaue, immer noch kein Ende. Nein, 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 guck mal ganz. Oh, das ist zu hoch. Das können nicht... Blub, blub, blub. Oder danach kommt die Bonusrunde. Oh, warte mal. Warte mal. Wir könnten hier nicht hoch. Also, wir müssen eh so lang, ne? Ja. Mal kurz in den Tempel gucken. Tempel? Ja, nix. Um den Tempel rum? Ah, geht's rum? Ne. Wir dachten vielleicht irgendwo Flügel versteckt oder so. Mhm. Hm. Ach, deswegen heißt das Level der Tempel. Ne? Jetzt verstehe ich's. Ach so. Jetzt fürchte ich's. Wir hätten echt hier mehr Flügel hinstellen können. Ja, klar. Weil ganz ehrlich, so langsam brauch ich sie bald nimmer. Oh, aber die müssen wir schießen. Was schießen? Lass mal unten gucken, ob es da Flügel gibt. Na, na, na. Was, sag? Na. Na, na, na. Na, na. Na, na. Okay, wie machen wir das jetzt? Hä? Ach so, da. Ja, richtig. Ach so, warte mal. Wir können nicht, wir können nur auf eine Seite. Aha. Na, sehr gut. Sehr gut, Saki. Ne, aber der. Der Shooter-Boy bin ich. Alter, aber richtig. Da kam der eh gar Shooter-Profi. Warte mal. Ich glaub, ich hab da ist nix. Ne, da ist nix. Boah, die grinst du uns aber böse an. Ich hab so Indiana Jones-Vibes. Mhm. Aber hattest du die nicht auch in dem langen Gang, wo du dachtest, dass der Streit kommt? Ja, ich glaub, ich hab die immer. Ich glaub, ich bin so über Indiana Jones. Deswegen kriegt er auch immer einen Fedora-Hut. Indie. Da sind Flügel. Aber, Saki, nur weil du deine Freundin auspeitschst, bist du nicht in die Indiana Jones, ne? Gib doch Bescheid. Ach so, war doch gut. Komm her zu mir. Ja. Und auf die Flügel. So du willst. Okay, und wieder rüber. Ist das eh der wichtige Weg? Hätt mir nicht hinten. Bin ich hinten, was? Hätt mir nicht hinten raus müssen. Da war auch noch ein Weg. Na, der ist schon richtig. Haben wir jetzt eigentlich schon fünf Flügel? Sechs. Sechs haben wir schon. Oh, oh. Was tut sich hier? Weiß ich nicht. Jetzt nix mehr. Wir haben fertig. Ah, da. Da, da, da. Gott. Oh. Indie. Jetzt hab ich Indie-Vibes, ne? Jetzt müssen wir uns hochdrehen, oder? Liegt an dem roten Licht. Das war doch hier Teil 2 mit Galima. Tschakti day. Wo du in keiner normalen Fernsehwiederholung mehr siehst, wie er das Herz rausholt. Nur noch, wenn du in den Streams oder so. Wenn ich denke, als Kind... Aber immer. Als Kind hat man das immer noch gesehen. Um 20.15 Uhr, wenn er kam. Ja, war ja nix dabei. Warum hat man die Zähne entfernt? Verstehe ich nicht. Oder hättest du nochmal da rüber wollen? Oder wäre das ein anderer Weg gewesen? Ich glaube... Nein, das ist, glaube ich, zu weit weg. Wir hätten es sowieso nicht rüber geschafft. Ah, das ist bitte was auf Zeit. Nein. Aber wenn wir runtergehen, bewegt es sich nicht mehr. Das heißt? Ah. Das muss jetzt richtig sein, weil sonst kriegen wir es... Nein, das kriegen wir nicht hin. Ja, das kriegen wir nicht hin. So vielleicht. Eventuell. Na, ganz oben ist, glaube ich... Ich muss mal schauen. Wir haben schon Sprünge geschafft. Damit haben wir selber nicht gerechnet. Ich glaube, den schafft man auch. Mit Shift. Ja klar. Easy. Das sah schwerer aus. Boah, jetzt ist meiner ein bisschen in den Steinen hängen geblieben. Gefix. Nein. Indie. 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 Indie was? Indie was? Warte, warte, schau mal. Kommen Steine? Nein. Nee, Steine kommen nicht, aber das ist fies gemacht, weil die abwechslend irgendwie kommen. Mal aufs Netz. Ah, aufs Netz. Aufs Hand. Ja. Los. Okay, sie gehen aber sehr weit weg. Gut, wir nehmen mal den da. Die Seite. Warten wir noch einmal. Warten wir noch einmal. Ja, ja. Hm, das ist die weiter runter, habe ich gesagt. Nee, das war jetzt keine Kunst. Verschrei es nicht. Kunst. Kunst. Boosen. Boosen. Moment, das bounced. Das kann sein, ja. Aber das kriegen wir hin. Eins, zwei, drei. Nein. Warte, warte, warte. Aber jetzt. Einmal noch, einmal noch. Oh. Boah, ich dachte jetzt echt, wir fallen gleich wieder runter. Das Problem ist, ich bin ab zu spät springen drückt. Da war nichts mehr zum springen. Kein Fußboden mehr. Ich hab's gemerkt. Und es geht weiter hoch. Wir sind so geil. Ah, schon, ja. Oh, ich glaub, wir haben sogar den Tempel jetzt hinter uns, ne? Jetzt kommen wir ins China-Land. Oh. Ja, ja. Ey, jetzt, jetzt sind wir keine Loser mehr. Jetzt sind wir schon Rookies, okay? Wir sind schon voll gut, Alter. Der Asian Shrine. Ey, was? Der Asian Shrine. Der Asiate soll schreien? Was ist denn los mit dir, Alter? Der ist, der Pätsch ist voll der Brutale, Alter. Ich will aus den Asiaten schreien. Für was können wir hier rüber? Wahnsinn, nicht. Gibt's da drüben Flügel? Na, lass mir die Asiaten schreien. Ich mag das. Ein Zocki merkt man irgendwann die Uhrzeit so an. Hättest jetzt auch gerne ein Fläschchen Muttermilch, ne? Nee, ich denke eher nicht. Ich fand ja das Gesicht wieder von Anthony Star so gut dargestellt, von Homelander, wo ich ihm die Milch ins Gesicht spritzt, gell? Mhm. Aber hier gibt's keine Flügel, die haben uns verarscht. Ja, aber wir müssen sowieso in die Richtung, ne? Mhm. Jetzt will er gar keine ganzen Wörter mehr aussprechen. Wir müssen sowieso in die Richtung. Was? Ja, du hast nicht Richtung ausgesprochen. Ich denke schon. Dann kam's bei mir nicht an. Wir müssen schon in die Richtung. Nein, nein, du willst keine ganzen Wörter mehr hören. Das kann auch sein, mein Hirn schaltet sich schon an. Ob, wir sind bis 36 Minuten? Ja, jetzt... Oder willst du noch ein bisschen weiter? Jetzt ziehen wir noch ein bisschen durch, zumindest, was wir wissen, wo es weiter ist. Da geht es weiter hoch. Weißt du? Vorhin waren noch Pfeile am Boden und jetzt... Jetzt denken sie, jetzt sind sie so weit gekommen, jetzt müssen sie schon mal wieder allein schauen, wie es weiter geht. Nein, es waren ja vorher noch Pfeile am Boden, bevor wir mal abwogen sind. Ach ja, stimmt. Let's bounce, motherfucker. Wie schön der Reifen, es kommt ein Räfer. Was machst denn du? Ja, ich will hier hochgehen. Hier sind die Pfeile wieder. Hier sind die Pfeile wieder. Die sind gut. Oh, guck mal, sind wieder Dinger, die werden groß und klein von allein. Ja, wie, wie hast du das vorhin gesagt? Was wird noch groß und klein? Meine Augen. Bei mir Leichtanfall werden sie klein und ins Dunkel ist, werden sie groß. Ich bin so dämlich, Anna. Schön, dass du es selber bemerkt hast. Okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir die Aufnahme beenden. Ja. Ich bin schon so müde, dass ich das jetzt nicht mehr richtig checkt habe. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, haut's rein. Ciao. Ciao.